guten abend zusammen herzlich willkommen zu einer weiteren folge der überliebenden in der nacht diesmal mit unserem asrak der irgendwo versucht genie zu retten von erfolglos und dem moment kann ich auch direkt unsere neue missstreiterin begrüßen die genie hi ja die einen denkbar ungünstigen zeitpunkt zum join ausgesucht hat und schon tot ist ja sehr gut mit dabei unsere anderen überleben denn der noch nicht ja ja das war erst mal nichts aber das war ja auch wirklich zu erwarten ich glaube ich log mich auch erst ein wenn jetzt wird es richtig geil ja 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 gleich mal in richtung südwest verbranntes bio dann doch ja hier wie heißt das wasteland ja ja also ich laufe zu retten der überlebenden was brauche ich denn 21 ne 11 ich schleiche hast du was getrackt ja hab ich oder ja du ähm lass 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 ja du beweg dich gerne auf mich zu aber das ist verbranntes bio ja ich hab's ja gehört ja lass ihn kommen lassen kommen ja komm näher ja fast schon kommen sie näher kommen sie ran ja ist ja nichts für alle scheier hier das war eigentlich sowas wie Forchhaus wieso ich frage nur warum denn dass sowas klug wäre wieso weiß denn was jetzt hallo ich hab in der Fakka dahin gehauen weil bei dir immer so dunkel ist das ist bei mir nicht dunkel das ist Energiesparen es gibt ja hier leute die noch keinen Meiningerhelm haben stimmt du meinst wer soll denn das sein den hier ich halt mal still au ich hab mich gehauen das war ein liebevoller Klaps war das ein liebevoller Klaps die erste Hilfekiste ist da vorne da sind auch Painkiller drin das war häusliche Gewalt ja in meinem Haus ich nenne das Hausfriedensbruch in meinem Haus du haust ihn und letztes den Hausfriedensbruch okay ja er war in meinem ja fast nach so ein ey und das in meiner Bude ja in meiner Bude das wird erzählen mir was von Hausfriedensbruch häusliche Gewalt ja pass auf ich weiß wo dein Haus ja das wird wirklich naja du kannst ja den stream nachher das wird nix so ein quatsch ja schon mann mann ich hab nur noch sieben erst abzuschussen dann muss jeder Schuss halt sitzen ah ja kann man nix machen kann ich jetzt oder kann ich jetzt nicht nee kann ich nicht moin mein lieber schade fero play ich hab ehrlich gesagt ähm bedenken ich stimme Ayuta zu das haben wir alle ja bedenken gehören zum leben so wo ist jetzt die wirkt 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 ein schwein jagt das schwein denn so mechanical parts die branch habe ich den klo haben habe ich auch ja der klo hammer da also beziehungsweise dieser sledgehammer das ist noch nicht meine überzeugung wo oder kläumer ist geil kläumer ist geil kläumer ist geil mechanical parts hatte ich ja auch mal in welcher frequenz hauen die denn das ist ja erstaunlich mal kurz die guten sachen hier weg packen und dass er mir die gleiche das gefühl wie langsam kann es sein merkt ja das hat licht aber nicht nein 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 sehe ich nicht ein ein hirsch so was fehlt mir denn jetzt noch forged iron fünfmal fehlt mir jetzt noch fünf forged iron hä wieso fehlt mir noch fünfmal forged iron naja vorbei Mist da kommen aber noch 20 mal und ist gut oh dumm 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 achja stimmt da fehlt mir auch noch mhm gut ich halte das nach wie vor für eine schlechte idee hm ich nehme es zur Kenntnis hm ja ok wir müssen zur Kenntnis ja abgelehnt mix kostet der denn ah scheiße die habe ich doch genau geil da habe ich dann auch ne habe ich den habe ich den ja du hast noch an dich was vor dir ne ja bunt 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 kein motor ne naja hatte doch mal oder hatte ich nicht hatte glaube ich auch mal motor und ich glaube auch vertickert scheiße na gut dann kann ich nämlich auch gleich in gleichen zementen ich kann es mir ungefähr denken was da drin steht das finde ich jetzt befremdlich aber so heißt es vielleicht habt ihr den fehler gemacht dass hier über zwei turnen sprung gegangen ja die auch schön rutscht und ich bin auf dem weg nach wie vor wo ich immer die wird wenn wir gewünscht er mal hin könnte ich doch ich habe gerade eine da machen wir uns auch nichts versteht den unterschied auch nicht mehr zwischen hardcore event und let's play nicht nur verbunden das ist das ist das ist eine verteidigung das siehst du ja hallo ich habe ja das macht ja nix sie tun sich dann vielleicht aber trotzdem wie auch das hast du kannst ja nein weißt du gar nicht die bergmensch ist fertig plötzlich hat man dann zwei der eine bude er macht ja nix so brauche ich jetzt da nicht bürgmensch ist fertig sehr gut der schönen falle auch mal eine bahn würde also ein hirsch ein hirsch ja lasst ihn mal laufen ich höre sie überall aber solange das auge nicht groß wird haben ach jetzt kann ich ja auch da bessere sachen draus machen ich müsste da irgendwie jetzt noch mal was mit den einstellungen von dem teamspeak machen ja so was brauche ich jetzt noch für mixer nein da kann man nicht so einfach zäunen das ist eine feste gruppe so ich sehe mich auch und ohne die speziellen einladungen kommt hier keiner drauf das wäre ja noch schöner torch und spring und motor nachher ist hier halligalli auf dem server das machen wir nicht das wäre das wäre ja ganz schlecht die bude eingerannt und so und so viel getränk haben wir gar nicht dabei für alle die besten leckerling werden dann weggefressen so hier kühlschrank ausgeräubert und so dann gibt es hier wieder massenorgie das wollen wir nicht ja genau da kannst du deinen silid gangbang rausholen zum saubermachen was meinst du bevor ich die workbench gebaut habe ja genau habe ich es erwähnt der kanal ist auf 8 gut das mal arbeitet er schon am dungeon die gummifabrik ist angelaufen ich würde ganz links kaffee dabei da kannst du dann mit dem trinken unterwegs und dem laufen ich schlafe dann hinter dir her und schwing die feischel schneller beweg dich und dann kannst du schön einen kaffee nach dem anderen wenn du da die puste aufgehst ich habe jetzt den stream gestoppt um das noch mal einzustellen findet er aber leider nicht ist okay ich habe das verbrannte wohl auch gefunden was ist jetzt der schlauste schlauste erstmals wasser zu flüchten nicht die beine brechen du hast teamspeak vor dir ja jawohl da gibt es oben einen menüpunkt einstellungen optionen ja und was nimmst du nicht auf teamspeak bei wiedergabe was steht da als wiedergabe gerät standard das habe ich befürchtet und was hast du in deinem obs eingestellt als einstellungen audio schreieren ja glaube ich bei mir nicht ich habe dir ein bisschen frischfleisch an den rucksack an gemäht danke bei dem desktop audio gerät was hast du da eingestellt ich bin tot also mal tut sie nicht mehr standard doch sie hat mich gesehen olle zb olle 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 ich krieg dich auch olle olle theoretisch müsste es dann wenn du standard auf deinen lautsprecher stellst das was du als lautsprecher benutzt dein lautsprecher ausgang abse habs 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 gleich ist so dann wollen wir das jetzt noch mal testen ich starte das jetzt wieder was bei der hier unten bei mir bei der kaputt und ich hoffe dass man das jetzt hören kann das dauert noch einen augenblick hä wo treffe ich den denn hier muss noch ein bisschen schwimmen ich schieße mir die ganze zeit den kopf hier oder so los gleich die materialisierte kriegt noch eine unter dir ohne beine so alles sehen stirb stirb ach du mal oh der hängt die auch oh sehr schön hast ihn er ist auch noch naja da gibt er noch oh das ist so geil ah ok ich soll dir ausrichten das ts hört man jetzt bei dir genie ich glaube er ist tot mh sehr gut vielen dank so viertel vor vier das passt ja wunderbar dann kann ich gleich wieder losziehen die sonne geht auch mhm irgendwo stöhnt da noch einer rum hier das ist noch ein übrig gebliebener hier aus dem heißen viertel hier ja aber den tasche ich mir gleich mal na komm babe ach süß bin ich gehandelt von dir auch sehr niedlich komm erst mal ran auf den meter er gibt doch sein bestes ja in die falsche richtung guck mal wohin kriegt jetzt jetzt guckt er in die richtige richtung ich würde sich auch mal richtig mühe geben komm so hast du es hinter dir mein freund die nehmen die nehmen jawohl steh auf und mach dass du in meine richtung kommst jawohl ich bin schon da komm du mal äh nach ähm zu mir gelaufen läufst du drum rum oder ja ich glaube am rand entlang weil ich will eigentlich nicht durchs verbrannte sondern davon weg das denke ich mir ja also für dich wäre das jetzt mal so richtung süden beziehungsweise bleibt wo du bist ich komm zu dir ich bin schon da so hier pass auf warte mal äh hier bin ich siehst du mich ja so ich werfe dir mal was hinten nimm mal die drei gläser die da liegen die da unten liegen mhm mhm gibt's doch nicht jawohl ah ne oder der Asarakbeide ist nicht wahr ist nicht wahr da hast du jetzt aber ordentlich was für mich für mich auf dich rein weißt du in dem moment muss das scheißgewehr nachladen gibt's doch nicht ja klar ja also nimm mal die drei gläser und lauf mal in richtung der anderen ähm parlayn wen hast du da liegen du hast ein klärkkel ich glaub das hast du ausversichtlich ja bist du da durch geschwommen durch den see eigentlich genau ich häng' fest was das witzige ist von von g habe ich ja auch so einen rosen pfeil also so einen haken wo man den wo man tracken kann witzig oder das ist doch farblich richtig schon erfahrt ja super ist perfekt interessiert keine sau aber es ist mich interessiert das total das ist unglaublich wichtig dass ich einen rosen pfeil ja das kann man das gleich auseinander halten dann muss ich mal gucken wer hat welche Farbe und dann weiß ich sofort zack weiß Bescheid achso was habe ich denn hier ich bin voll am verdorsten ich arme schwein doch noch was da ne 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 ach ich will doch nur holen irgendwas klappert hier aber ich wollte mich eigentlich nicht opfern an Juta das hatte ich mir ganz anders vorgestellt aber shit happens das ist nur mal so so haben wir uns das nicht vorgestellt ne so nicht aber egal du hast jetzt dein dein kaffee und kannst durchrennen die anderen hast du ja getrackt ne soo ja ich finde es auch wirklich nett von dir dass du mir einen kaffee gebracht hast was ja nun nix sonst auf dem klo oder was nein ich bin ein bisschen geärgert achso das kann ja mal passieren ja also dann was machen wir heute noch wird noch ein bisschen sammeln gehen dann kann ich mir gleich noch ein zementmixer bauen dann brauchst du schon mal mit ja was kannst du tun muss auch nicht wir müssen auch nicht weiter die sind bestimmt schon ja da haben wir noch zu der stadt ist die schon geräubert wurden ja auch nicht mehr amtigen smelts was denn smelts hier smelts gar nix woher herr herr dings perlaine was was geht ab ich mich richtig nicht ja komm ich will jetzt nicht dazu ich will meine ruhig sagen das war doch noch nicht dem lausende hinterher achso auf der lausende hinterher ach das kannst du machen klar warum denn nicht laufen wir ruhig hinterher hab nichts gegen fan status ich hab die kann vielleicht eher die unterstützung gebraucht wenn das tempo halten kann ich komme alleine klar nein ich komme alleine klar scheiß auf blackjack kann ich eh nicht doch kann ich aber die hat nicht den rucksack die man lieber hier in die kirche zum beten wäre aber besser gewesen wieso da musst du nicht noch mal dahin laufen ne das passt schon was soll ich probieren mutter kann ich mal die autos die auseinander schraubseln es passt vielleicht soll diesmal lupen ich sehe nichts dran die führung und sagen wir schicken uns ab 30 das zeug in den kopf nein 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 ich habe ihr extra drei kaffee hingeworfen liegen die kaffee diese hat die sind für sie gedacht das war schon richtig so auch wo schießt sich denn hände och man was mache ich denn von müll kommen zeit für der alt und jetzt geht's los ach jetzt jetzt auf einmal das lebt gerade was gesehen ach den hätte ich doch kriegt hätte ich ihn noch da habe ich doch schon angewärmt sie ist das gesehen dass man fehl also fällt mir gerade ein ich habe noch flammfeile gelernt das ist da war was war die schweiß langsamer den berg hochkommt ich brauche warte gott Gussmann kann den streamen. Ob er gerade streamt, muss man ihn mal fragen. Gussmann, wie sieht es aus? Streamst du? Ja, ich streame. Auf Twitch oder YouTube? Twitch. Ja, so langsam wird es ja. Ich drücke mal F5. Vielleicht wird es dann nachgeladen. Vielleicht gibt es da so einen kleinen Hänger. Mit F5 kannst du die meisten Sachen bereinigen. Gib mir einen Motor. Gib mir einen Motor. Eieieiei. Was denn? Ach, Madame hat schon wieder Faxhausen hier. Die hat Probleme. Stöhnt schon wieder rum und jammert. Komm mal rein. Hallo. Au. Zupi. Regnet das? Ja, ne? Ich brauche ein... Es regnet. Es regnet. Ich muss bald mal eine Petition an die Funpims schreiben, äh, für besseres Wetter. Ja, ja. Aber wirklich. Kein Geld dabei. Äh, Palin, wollen wir mal Richtung Fabrik hier gehen? Hier, glaubt, war noch irgendwo eine Fabrik. Jo. Warte mal hier, das war eine Polizei. Äh, da war das Apartmenthaus, dahinten müsste der Knast sein. Muss jetzt erstmal gucken, dass ich zu euch komme, dass ich, ähm, hier nicht vorher krepiere und dann crafte ich mir mein Kram. Ja, genau. Geh erstmal zur Sicherung Siedlung. Und dann... Wo ist das? Du, 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 du. Wo häng ich denn hier fest? Oh, die Sorge. Ein Kussmanns Bunker. Äh, mit Sicherheit nichts. Ähm, nennen wir's Keller. Kleines Untergeschoss. Winzig. Erstes Untergeschoss. Oder zweites. Da hab ich bis jetzt auch nur immer einen rauskommen sehen. Das ist jetzt nicht so streng unterteilt. Mensch, Mensch. Haben wir uns jetzt ja... Äh, wo haben wir's? Ah ja. Wo war denn? Ich war doch nicht. Oder doch, oder nicht. Hä? Wo war das hier links? Warum nimmt er jetzt meinen Waypoint nicht? Ach, mach's so einfach, bitte. Ach, ich bin schon im Verbrannten. Okay. Trailer Pass. Oh, das ist schon mal gut. Ich hab' ich noch schon verguckt. Ach. Ach nee. Lande entlang. Nicht ein Bein brechen, wenn's geht. Genau. Also nur, wenn's möglich ist, ähm... ...und jetzt keine Umstände machen. Ja. Ah, Springs Pro Jahr auch. Sehr schön. Hallo, Hirsch. Der Harry, der Hirsch. Mhm. Und wieder kein Motor. Mann, oh. So, ich nähe mich meinem Rucksack. Wo bin ich da? Ist noch ein Trailerpark? Gucken wir doch mal ein Trailerpark. Da gibt's auch mal schön ein paar Sachen. Jum, 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 jum. Ach so, ich hab' die Lüftungs-Göns. Ich hab' den Einkaufswagen. Ja, ja, ja. Aber momentan tatsächlich eher noch Motor. Aber dann kann ich, wie gesagt, einen Mixer bauen. Könnt' ich mir ja auch mal... Könnt' ich mir ja auch mal... Oh mein Gott. Zombie, Zombie! Erst du mal kurz umgucken. Och, schieß da noch daneben. Ich auch. Au! Ach. Nein! Nein, aua! Ich hab' jetzt nicht gerade die intelligenteste Sache gemacht. Hm? Ach, äh, weißt du... Wenn man sich ne Axt craftet, könnte... Man könnte man die ja vielleicht auch verwenden. Hm, kann man machen. Kann man, glaub ich, die kaputte Blau-Göns. Also, es ist schon, äh, man muss die Lüftung ab. Alter, wieviel hat der? 12.000 für so'n mickriges Ding hier? Naja, ist ja halt ein Verschleiß-Objekt. Das ist nicht, hör mal. Ach, guck mal, hier kommt man... Ach, nee, hier kommt man noch nicht. Schade. Hier kommt man durch die Dächer, kommt man rein. Er fährt von und zu. Wo? Wo? Hier oben kommst du rein. Naja, gut, du kannst dich nicht einfach durch die Tür durchschlagen, das ist auch nicht das Problem. Was sind das, Metall-Türne, oder was hast du da oben? Naja. Ja, hier sind das halt die... Nee, 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 hier, das krieg ich ja. Ich glaube, es pustet. Ja, ich liebe den Sledgehammer. Na, da jetzt nicht gerade? Sag doch mal. Da kannst du noch so straight direkt rüberlaufen. Berg- und Talfahrt nehmen. Jaja. Berg- und Talfahrt nehmen. Berg- und Talfahrt nehmen. Wir haben schon fast wieder Herr von... Wer hat überhaupt... Parleen. Parleen. Kann das eine Aufforderung sein, hier Schluss zu machen? Nee, das machen wir nicht. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ich hoffe, dass wir nächstes Mal dann auch die hier bei uns haben werden. Nö, ich wollte scheiße. Tja, das glaube ich dir sogar. Ja. Gut. Ja, lass uns doch den Daumen hoch und da... Kacke! Schalten wir nächstes Mal wieder mit ein. Und das heißt, die Liebenden machen Unfug. Bis dahin verabschieden sich. Kussmann. Ja, mir könnte auch ein bisschen Steine da lassen, weil die brauche ich im Moment eher als... Wie habt's gehört? Steine Alkohrmann. Die ich mir eh nur draufklopfe. Und was wünscht sich denn der liebe Asrak? Ähm... Mehr Munition eigentlich. Aha, hab ich mir gedacht. Und den Genie? Äh... Einen Platz im Trockenen. Sehr schön. Was kriegen wir denn? Und Nordisch. Ich brauche einen Motor immer noch. Immer noch Motor. Also ihr habt unsere Einkaufliste. Unsere Einkaufliste. Ich hätte gern die Schematik für den Slashwimmer. Gucken wir auf das nächste Mal Kriege. Bis dahin. Macht's gut. Ciao. Tschüss. Tschüss. Das ist ein Kacke.